So gut. Leider ist es so bei diesen Kämpfen, dass die Schwert- oder sagen wir Trefferquote kaum für das Fussikum errichtet wird. Es wird auch auf den Rücken geschlagen. Aber die, nur schlagswunsch, schlagswunsch, Verletzung, hervorragend. Ich kann nicht, sonst ist das eine Streichung einfach. Ich habe keinen Kater, auch wenn ich für Zweiten da stehe, kann es sein, dass ich ganz schnell dahin geracht werde. Wir legen uns trotzdem bei so einem Schwerpunkt hin. Wir stehen bleiben rein, wir sind noch nicht tot. Wir haben uns auch gewünscht werden, aber das Problem ist, dies bleibt. Alle, auch wir, es könnte sein, dass eure Köpfe platzen. Feuer! Wenn du jetzt mit dem Kopf zurückgehst, siehst du eine Flanke, komm weiter vor. So wollen wir hier keinen Weich in der Sommer? Oh, das ist strahlich. Das ist Mager. Nachdem, der soll sich hinlegen. Der ist gut. Er ist tot und macht weiter hoch. Stipp! Jonas! Wenn du dich nicht streichelst, hau! Erster und Erster. Jochen Mann, danke. Der ist tot! Das ist eine ganz natürliche Barriere-Bahn. Das ist die große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung.